Hey Internet und YouTube, zurück mal. Danke, ne? Töte jemanden auf den Straßen von der Einsamkeit, in aller Öffentlichkeit und eine wichtige Person. Supé, machen wir. Auf nach Einsamkeit. Du bist nur eine Wache. Du siehst nicht bedeutend aus, nichts für ungut, mein Freund, aber du weißt schon. Ja, ja. Ich brauch eine wichtige Person. Pari. Hey, komm. Schaut bei glänzenden Gewänder vorbei. Ich hab ne Rüstung, okay? Ich bin hier inkognito unterwegs. Scht! Was ist das für ein Geräusch? Ist hier jemand auf dem Klo? Oh, das ist mein Haus. Ist hier jemand in meinem Haus? Ist hier jemand in meinem Haus? Auf meinem Klo? Okay. Ja, das kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln, oder? Tagsüber werden wohl mehr Leute herum. Wacken. The sun is shining. Frischer Fisch! Frischer Fisch! Ah, bei euch ist es auch völlig wurscht. Ich geh mal hier oben. Zu den Chefs. Oh, du hast Pfeile. Warte, warte, warte. Was ist hier? Ach, meine Güte. Komm. Mach auf! Also. Du, ich bin so faul. Gib mir ein paar tausend Elfen Pfeile, hä? Sei so lieb. Sei so lieb. Bist du lieb? Hallo? Hallo und willkommen. Was jagt ihr denn? Egal. Das geht dich überhaupt nicht an. Ich will es gar nicht wissen. Gott sei Dank. Fünf. Fünf. Kommt doch bald mal wieder vorbei. Fünf. Fünf. Habe ich was runtergeschmissen? Gut. Hebs auf. Ja, was denn mit meinem Vampirblut hier? Agent. Klingt gut. Was ist los? Wache. Agent. Ihr braucht etwas? Aha. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem haben. Ich spiele mit deiner Frau herum, wenn du verstehst. Was wollt ihr? Okay, ich nehme den Agent, diese Wurst. Konzentriert euch. Das Schlachtfeld steckt voller Ablenkung. Ignoriert sie. Richtet euer Augenmerk auf sie. Ihr gehört doch zu diesen Akademie-Magien. Was redest du hier? Oh, dann habe ich hier jede Menge Ärger auf dem Hals. Ich mache mal Fünf. Und... Ihr braucht etwas? Kennst du den folgenden Witz von dem Axt und dem Schwert? Warte, wie war das? Und... Genau, die Pointe war... Was ihr hier und heute tut... Du bist geköpft! Ah! Du bist jetzt nie! Gescheitert. Wähle eine wichtige Person als Opa aus. Töte in aller Öffentlichkeit. Ist gescheitert? What? What? Was habe ich denn gemacht? Habe ich irgendeine Ausrüstung vergessen? Gehört das nicht zu den Straßen von Einsamkeit? Dämmerwacht-Panzer-Handschuhe. Das ist eine leichte Rüstung, das ist eine schwere Rüstung. Ich habe hier... Irgendwas falsch gemacht. Oder? So. Ja? So. So! Da-da-da-da-da-da-da-da-da! Konzentriert euch! Die Wache wird vielleicht... Ein Mann mit gezogener Waffe näher... ...auf eure Ziele. Lass mich mal hier rein. Psst! Hey! Ich weiß, wer ihr seid. Lang le... Ich habe einen Vollvisierhelm auf. Wie kannst du mich erkennen? Ich habe die falsche Rüstung jetzt oder was? Seh mal, haben wir hier. Hey, Ricky. Ich bin ganz vorsichtig. Du bist ne Quest-Ding, da kann man wieder nichts machen. Was? Auch dich kann ich nicht töten. Und du bist nur ein Soldat. Oh Mann, das funktioniert alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Äh, 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 muss ich sagen. Das funktioniert. Das ist optional, aber ich... Ich bin schon nervös. Also abgeschlossen, das passt doch. Töte in aller... Ich scheitere deine wichtige Person. Ja, hier, warte. Egal, was soll's jetzt. Das ist mir doch wurscht. Ich dachte, ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine... Ich kann sogar dafür sorgen, dass sich all eure Probleme mit den Wachen in Luft auflösen. Aber das wird euch was kosten. Ich hab's doch schon geklickt. Ich hab's doch schon geklickt. Ist erledigt. Und jetzt geht's, bevor ihr mich in Schwierigkeiten bringt. Gut, dass wir uns verstehen, mein Freund. Gut, dass wir hier auf einer Van-Linie... Van-Linie? Kann ich laufen, mein Hausdauer. Wahrscheinlich hab ich's vorher noch richtig gemacht, nur ich hab nix gelesen. Naja, was ist denn so? Ah, egal. Lalalalala... Wo ist er denn? Schläfst du hier drin? Hallo, wer bist du? Niemand wird so schnell vergessen, dass ihr es wart, der Harkon bezwungen hat. Wenn ihr etwas braucht, sagt es. Was hast du denn? Es ist immer gut, auf Nummer sicher zu gehen, falls Klauen und Zähne nicht ausreichen. Ja, und dann soll ich sie mit Mist bewerfen hier, oder was? Das ist doch lächerlich! Oh, so, eine ganz schöne Menge hier eingesteckt. Muss ich schon, äh... Papierhandschuhe... Ja, schrei mich bitte nicht nochmal so an. Der pennt hier drin, oder? Guten Morgen, aufstehen! Das Leben hier hat viel... Sehr gut. Damit sollte sich der Zorn des Volkes für eine Weile gegen die Dämmerwacht richten, und nicht gegen uns. Ich hatte gehofft, dass ihr euch für ein prominenteres Ziel entscheiden würdet. Ja, haben wir alle. Aber die Tat ist vollbracht. Und was geschehen wird, wird geschehen. Exakt im Morgen. Und ihr habt meine Anweisungen befolgt und eine Uniform der Dämmerwacht getragen, als ihr das Opfer vor Zeugen getötet habt. Sehr gut. Mhm. Und das war's jetzt hier? Das... Also jetzt war's das definitiv. Gute Nacht. Ich schätze, das war's definitiv. Definitiv. Hoffentlich gefällt euch das Leben. Natürlich. Es ist meine Pflicht zu dienen, und ich tue es gerne. Danke. Ja, ich meine, wenn man's schon... Wenn die Option schon hier ist. Menschenfleisch. Nee, danke. Hier habe ich alles, was ich brauche. Ja, und das geht mir wirklich schon ziemlich auf die Nerven. Kommt mir nicht in... Dann reiße ich euch auch keinen Arm aus. Ha! Ihr könnt, Wengalmo, kein einziges Wort glauben. Vergesst das nicht. Sprecht mit Wengalmo. Er hat... Sprecht mit Wengalmo. Er hat etwas für euch. Okay, lass mich das nochmal sehen. Ähm... Thinking. Was hast du? Ihr werdet am Hof willkommen sein. Ganz sicher. Schau nicht zu dreifel. Ich möchte euch gerne noch einen Rat geben. Leber Vampir Wurst. Seid vorsichtig, wem ihr... Ortjolf zum Beispiel. Vergesst das nicht. Verstanden? Ja, ja, ist mir wurscht. Oder? Ich habe einen neuen Kandidaten für Harkons Geschenk gefunden. Ich entsende euch, um die arme Seele in unserer Familie willkommen zu heißen. In ihrem derzeitigen Zustand ist sie eine erbärmliche Kreatur. Aber das Geschenk sollte ihr neuen Mut verleihen. Und ihr niederer Stand ermöglicht es ihr, unsere Augen und Ohren in Markar zu sein. Beruhigt sie. Nehmt ihr mit eurer vampirischen Verführungskunst die Furcht. Und wenn sie nachgibt, nehmt sie in den Arm und beißt ihr in den Hals. Macht dich das scharf? Nun, der gesegnete Zustand des Unlebens kann zufällig übertragen werden. Denkt an die wilden Kreaturen, die in den feuchten Ruinen in der Wildnis ihr Unwesen treiben. Nur jene, deren Abstammung auf Harkons sterbliche Blutlinie zurückzuführen ist, können die Macht empfangen, die von seinem vampirischen Blut ausgeht. Und nur dann, so scheint es, wenn die Sterne am Himmel richtig stehen. Ich habe eine solche Seele gefunden. Und die Sterne scheinen günstig zu stehen. Unser Blut gibt... Sobald ihr euer Opfer ausreichend verführt habt, könnt ihr die Gabe problemlos, weil er euch einen Teil seiner Lebenskraft verliehen hat, als er sein Blut mit dem Euren vermischte, in jener Nacht, als ihr mit Serana zurückgekehrt wart. Ein kleiner Anteil seines Blutes fließt jetzt für immer in euren Adern. Wenn ihr die Umarmung anbietet, achtet darauf, dass euch keine neugierigen Augen beobachten. Unsere neue Schwester kann sicher etwas Ruhe gebrauchen, während sich hier Blut verwandelt. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr euren Teil getan habt. Er behauptet, ein treuer Diener zu sein. Durch seinen Ehrgeiz werden ihm alle Mittel recht sein. Ist so gut. Wenn ihr ihm vertraut... Ist so gut. Das klingt aber auch nicht schlecht. Ich liebe es, Frauen in den Hals zu beißen. Wir hättet ihr es bereut. Also gut. Keine Selbstgespräche, mein Freund. Hopp, 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 hopp. Verzeihung. Hinter der Mama war Tröfstung? Na sicher doch. Ich muss mich hier verwandeln, oder? Keine Ahnung. Gepanzerte Kampftrolle. Lächerlich. Lächerlich. Wo ist die Gute? Stute? Bist du hier oben? Hier hinten? Hier oben? Hinten oben? Nicht hier. Ups! In der Panik. So was öfters. Kennen wir uns. Ach, du bist hier. Du musst hier sein. I don't get it now. Oh, Jesus Christ. Und er wäre der Pfeil an der fucking Tür. Was ist... Drachen? Was mit... Was... Was Drachen? Mit dir redet niemand. Niemand. Soll ich diesen komischen Weg finden? Noch einmal danke, dass ihr meinen... Da unten. Die Wohnkaserne. Welches Problem habe ich von dir gelöst? Lasst mich in Ruhe. Ich will nichts mehr wissen von irgendwelchen Problemen. Das wird eine gute Tat. Ihr wollt nicht hier sein. Das will niemand. Wer ist denn hier? Wer schaut denn hier? Wir... Bam, 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 bam. Ich habe hier ein kleines Problem. Mit dem Typen hier, oder? Irgendwas gibt's? Es kommen keine Lieferungen rein. Und so habe ich nichts zu. Hm. So. Außer zu. Überraschung. Schon mal sowas gesehen? Das sind hier Wälder. Bitte. Jemand muss etwas unternehmen. Ich mach doch. Mach du das? Und wir? Ups, sorry. Warte mal kurz. Bierverführung. Sorry. Ich habe es vergessen, wie das funktioniert. Hab ich was? Ne. Ich habe hier lauter Probleme, oder? Wir laden die Wohnkaserne. Okay. Ich habe die Wälder. Es kommen keine Lieferungen rein. Also habe ich nichts zu tun. Außer zu trinken. Das ist ja auch eine hervorragende Idee. Almosen. Ich sagte Almosen. Schandmaul. Ihr wollt nicht hier sein. Das will niemand. Ich... Doch. Ich kenne hier keinen, der nicht an Rüttelfieber oder Ataxie leidet. Kurz nach das Zimmer. Wie war denn das mit der Vampirverführung? Kurze, fix du. Vampir first. Vampirische Leer. Vampir Sklave. Warum ist das alles hier nicht mehr... Ding. Dingens. Wie wäre es mit einem 17? Moment. Sagen wir 27. Ich bin gar nicht zufrieden. Geht in eure Zimmer. Hier passiert gleich etwas Schreckliches. Geht so? Hey, hey, hey. Alles wird gut. Alles wird gut. Bierverführung. Nein, bitte. Tut mir nicht weh. Das tut nicht weh. Das tut nicht weh, Baby. Das tut nicht weh. 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 Ich kann... Ich fühle mich... ...nicht gut. Ich... Ich werde mich... ...für eine Weile... ...hinlegen. Okay. Bupsi! Was? Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Alles wird gut, meine Kleine. Alles wird gut. Markart. Loading screen. Mapper's with Loading screen. Bam, 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 bam. Ich werde alle Frauen beißen und sie auf meine Seite ziehen und zu meinen Sklavinnen machen. Das hört sich nach einem verdammt guten Plan an, würde ich sagen. Also für mich zumindest. Ich finde das einen abvorragenden Plan. Ob die Frauen damit einverstanden sind, das kann ich jetzt nicht sagen, aber macht nichts. Ich helfe euch die ganzen... Kannst du dich entscheiden, welchen Sarg du schläfst? Ich stehe wie immer zu euren Diensten. Du gibst mir hier Aufträge, was mich sowieso ankotzt. Sehr gut. Krankes Blut. Wenn ihr sie erneut besucht, werdet ihr vermutlich feststellen, dass unsere neue Schwester ihre Verwandlung zu schätzen weiß? Ja. Sprecht mit Garan Mareti. Er hat etwas für euch. Mhm. Mhm. Was ist das denn? Hier habe ich... Du kotzt mich an. Stopp! Eine Bestie aus der verwilderten Brut hat sich einer Gruppe Nekromanten angeschlossen und plant vermutlich, allen die Gabe zu verleihen. Selbstverständlich können wir das nicht erlauben, da es für Panik in der Herde sorgen würde und wir keine Konkurrenz bei der Nahrungssuche brauchen. Ihr sollt diese verwilderte Kreatur vernichten, bevor aus diesem kleinen Problem ein größeres wird. Bis zum nächsten Mal. Okay, das war es definitiv mit Dongard jetzt. Die Hauptding ist abgeschlossen. Das sind... Wenn, dann mache ich weiter mit... ...ist besser als an allen anderen Orten in Himmelsrand. Mit, 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 mit... Ne, als normaler Skyrim. Ich kann... Ich stottere, ich wiederhole alles, was ich sage. Keine Ahnung. Mit normalem Skyrim-Thumbnail-Sound. Ja. Ob ich dann hier noch ein bisschen Vampir weitermache, ist die andere Frage. So, jetzt sehen wir uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Und... Macht's gut. Tschüss. Und... Tschüss. Musik